Komm mal her, wir müssen malen. Welche Farbe willst du? Ich nehme mal fröhliches Schwarz. Ach guck. Und was passiert dann? Malen wir ein Bild? Wir machen da unten nur die Brühe. Aber was bringt das? Ach so, dann kannst du die verteilen, oder was? Das ist Expressionismus, sag ich dir. Ich druck die Scheiße mal eben. Warte mal, mach mal gleich. Ne, du kannst hier auch rum, wenn du jetzt raus gehst. Ja, druck mal. Ne, das kann ich nicht rum. Doch, doch, druck mal. Nein, du musst das hier drüben. Musst du hier mal auf dem... Hier noch ein Stück. Genau, da musst du dir ganz drauf zeigen. Ach so. Ach so. Oh. Aha. Ach, du ahnst es nicht. Dann gehst du hier oben drauf. Oder du gehst in den Drucker und fährst dich, aber das ist ja geil. Hier. Oh, hier. Hier, komm mal her, hier. Ach hier, komm mal her. Gehen wir durch da. Ich hab heute gerade so schweig gehalten. Huch, Entschuldigung. Ach, ich wollte gerade noch, wollte mich gerade noch, äh, in Mutant King nicht mehr. Ja. Genau, das ist ja wohl. Nun. Hast du das nicht? Danke schön, du kriegst das automatisch, wenn ich das aufkriege. Bitte? Oder kriegst du das nicht, weil ich das Spiel habe. Hast du da ein Achievement-Gericht für, oder was? Ja, genau. Nee, hab ich nicht. Ach, verdammt. So. Und was, was wird dann hier gedruckt? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Verstehe ich noch nicht so ganz. Ach, das kommt dann auf die, auf die, auf die Leinwand. Ach so. Ach so. Das geht nicht. Schade. Man kann bestimmt die große Leinwand in das bunte Becken tun. Ja, das hab ich halt erst gedacht, aber scheinbar nicht. Aber da oben sind auch noch Farben, die man da reinspreuzen kann. Ach, mein Gott, ist das alles bescheuert. Ach, guck. Ich komm gleich. Ja, bitte. Bräuchte ich, deine, bräuchte ich aber. Oh, ich. Oh, den gleich. Mach ja wieder. Na, du musst da hoch. Ah, das sollst du so machen. Genau, jetzt musst du da ran. Was müssen wir jetzt machen, die, 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 die Bowlingkugel da. Genau, genau. Wohin? Ach, gegen, ach so, um die Tür da einzustampfen. Ja, wir haben jetzt hier Rumpus-Somper. So, we got this big crane here. I'm sure it could be useful, that it is gates. So, was so? Ganz, ganz Bowling ist es nicht. Ach so, warte mal, warte mal. Warte, ich muss jetzt mal. Ja, ich muss diesen Schrank hier erst mal hoch haben, irgendwie. Hm? Oder, oder kriegst du das da schon so weit in den Sprung? Ja, bitte. Oder mal mal. Kannst du das so machen, dass der ein bisschen nach vorne und hinten schwingt? Genau. Ja, aber weiter komm ich nicht. Wie weiter kommst du nicht? Nee, ich hab hier eine Sperre hinter mir, falls du die noch nicht gesehen hast. Nee, hab ich nicht. Reh mal andersrum. Ja, das ist okay. Das ist gar kein Problem. Wir bauen uns wieder auf. Hey, May, I got an idea. Let's go bowling. Well, the most polite thing to do is not on the floor. Ja, nee, ganz so flit. Ja, warte, ein bisschen nach rechts. Ja, ja, ein bisschen noch. Bisschen noch. Ja, so. Ja, ja, so. Wir müssen da reinspringen. Wir müssen da reinspringen, ne? Okay, ich nehm das linke Loch. Dann ist das für dich zu Wort ein Loch, ja? Eben. Und... Nach hinten. Nach hinten. Na vorne. Nach hinten. Nach hinten. Nach vorne. Oh, nach vorne. Nach vorne. Nach hinten. Nach hinten. Nach vorne. Na vorne. Ja, hinten. 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 Ja, Hanna! Woohoo! Oh! Oh, 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 oh! Ugh, oh, 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 oh! Wait, 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 we're not here to cause trouble! Yeah, yeah, we're just here to see the elephant! Oh. Oh. How dare you insult Cutie the Thard Queen of the Magic Castle? In short, Her Majesty? Oh, yes, we mean Her Majesty. Can you take us to her? Es ist irgendwie urgent. Die Queen ist nicht mit Bezahns. Bezahns? Whoa, whoa, back up. Wer sind die Bezahns da, buddy? Okay, ich gebaut dieses Castle. All right, ich kam mit dem Namen Magic Castle. Aber was es für mich? Du? Okay, hey, hey, hey! Excuse, mein Underling, ma'am. Underling? Underling, yes. Wir sind messengers von einem Land far, far away. Wir kommen mit einem sehr wichtiges Wort für Her Majesty. Hand it over. Oh, well, um, we need to see Her Majesty in person. Hmm, why? Ah! Because they wanna kill the Queen! What's up, no! Do you speak the truth? Of course! Ich mag das Buch nicht. Ich bin Dr. Hakeem, Buch der Wahrheit. Oh. And your Majesty's service, you the Elephant, the third Queen of the Magic Castle. You just stop sucking up! Don't listen to him, all right? He's crazy! Loco! He's lying! Oh, yeah? Then why don't you show the letter to Her Majesty, huh? Well, maybe I will! Okay, so the thing with the letter is, it's kinda complex. Aha! Exactly! Because there is no letter! Case closed! Boom! Bring them in! Oh, man. Mom! Oh! Oh! Hey, May, are you okay? Oh! Oh! Not being this great in years! Oh, oh! 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 needed a lady! Yeah! I love... What the fuck? Oh, she died! It would 19, but we should eat the mall Toys, don't go to the bathroom. Be coach, be coach! Ich steckt fest. Be coach, sag ich doch. Oh nein. Aber ich bleibe das coolere Outfit. Du bist eigentlich jeder Zauberer von den beiden. Ich bin eher so der... Ich bin schwer, ich hau drauf. Er hat wieder gefurzt, oder was? Oh, das ist zu viel. Wow, oh, ja, ja! Wow, wow, Eisorben! Ich habe coolen Magistische-Puße. Und ich habe Feuer. Wow! Ich bin wieder der Tank, das passt. Kosi, wir sind bereit. Gibt es dir vielleicht noch etwas dabei? W, A, Leertaste. Ich weiß nicht, was passiert, aber Coach, ich finde es ziemlich cool. Jeder für den Markt. Also, Moment. Wir machen rechte Maustaste, ist das da. Das ist allerdings nicht... Das ist ja saugeil. E ist eine Ulti, die lösen wir jetzt mal nicht aus. Okay. Und, 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 und Leertaste ist so ein... Können wir bitte dieses Spiel einfach jetzt permanent in diesem Modus weiterspielen? So, komm. Ey. Das Spiel im Spiel im Spiel ist das hier. Ja, wo war er? Äh, ja, wegen mir. Warte mal, was hast du denn? Äh, Schalter. Was hast du denn für Skills? Müssen wir die irgendwie aufeinander abstimmen? Zeig mal deine. Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Okay, und Leertaste? Okay, und Leertaste? Das ist teleportieren. Ach, das ist das teleportieren. Okay. Bist du jetzt mal... Ja, Mario. Müssen alle Schätze zerstören, das wisst ihr, ne? Ja, immer. Ach so, hier, du musst schlitzen. Jetzt schlitzen. Du musst schlitzen. Ja, nur in die richtige Richtung. Ja, genau. Thanks for the lava, meh. Du musst da raus. Meinst du? Nicht da runter. Jetzt musst du einen Gefrierangriff machen. Aha. Wenn sie hochkommt, die Bubble. Jetzt. Jetzt. Da, da, da. Ja, siehst du, das war nicht mein Problem auch mit dem Flitzenduch. Du, der guckt nicht in die Richtung. Okay. Wollen wir hier noch was machen? Nein, das sind die Kloschlüsse. Das sind die Kloschlüsseln. Alter, das ist ganz ein bisschen schwierig, so. Hier, komm. Schwierig, ne? Ja. Oh, ich hab aus der Seine eh gedrückt. Alter, was ist denn nicht in Ordnung mit dir? Du bist zu hart, Mann. Kommt nie wieder vor. So, hier. Oh, äh, ich bräuchte dir Hilfe. Ja, danke, dass du vom Pöppel gesprungen bist. Ja, Entschuldige, ich werd dir beschissen, Alter. Ja, jetzt mal auf den Pöppel. Ja, da musst du schnell rüber. Ja, mach ich ja doch. Mach. Ich sag's nur ungern, aber ich krieg ganz schön aufs Maul. Oh, ich bin grad gestorben. Ja, du kommst ja da wieder. Ah, hier, kann ich bis nachdenken. Ich weiß nicht, du hättest auch überschießen können. Das ist laut, warte mal. Boah. Ne, mach ich nicht. Mach ich nicht. Oh, dann komm halt nicht rüber. Was machst du mal jetzt? Was machst du mal nun? Äh, weiß ich nicht. Dann muss ich mal gucken, was da so ist. Kannst du da irgendwas ich verfüße? Mach nur mal den Pöppel. Well, no. Bin grad gebraten worden, Entschuldigung. Kommen da, kommen da auch wieder so, 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 so Fontänen hoch? Ah ja, warte mal. Äh, ne, Moment. Bissen wir hier unten weiter? Weiß ich nicht. Ich komm mal zurück. Moment. Ja, aber du sitzt ja jetzt, kommst du nicht durch. Mach mal auf. Mach mal auf. Ach so. Ja, okay. Ich dachte, das geht dann auf, wenn das andere zu... Warte. Aber die geht's noch nicht weiter. Das heißt, ich muss... Kannst du die zerhauen, die Dinger, die da in der Ecke stehen? Kommt da irgendwas raus? Kannst du die schieben? Kannst du dich dahinter teleportieren und die dann hier rüberschieben, dass die auf dem Pöppel stehen? Negativ. Kannst du dich rüber teleportieren? Warte mal kurz. Ja, warte mal, würde ich jetzt versuchen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen weit, oder? Komm, probier's. Fang dich. Keine andere Wahl. Nee. Nö, das ist ein bisschen weit. Na, mach nochmal. Das war gar nicht so... Ja, ich... Ja, mach nochmal. Was hat er denn jetzt für ein Problem? Äh, ja, weiß ich nicht. Wow, okay. That's pretty cool, Cody. So, was könnte ich denn noch machen? Ich würde das nochmal probieren mit dem Teleportieren. Das war nicht so ganz abwegig. Ja, aber das ist... Kommt das rein... Näher an die Kante. Ja, und jetzt in die richtige Richtung drücken. Oh, jetzt mach mal. Das reicht nicht ganz. Du kannst da drüben nix irgendwie machen, oder so. Richtig? Eindruck, oder so. Wie soll ich da machen? Ja, weiß es nicht. Der Arsch, 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 der Arsch. Ja, ich komm aber nicht dahinter. Hat sie dich dahinter teleportieren? Nein, immer noch nicht. Firma Arkers steht da. Nee, da steht nur Arkers. Ja, weil die da standen. Kann ja nix machen. Ja, nicht hier... Und dann... Ach so, okay. Ich kann flitzen, oder was? Darüber. Du kannst flitzen. Ja, tatsächlich. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Flitzen weitergeht als teleportieren. Aha, jetzt kannst du... Jetzt flitzt du hier wieder rüber. Fast. Die Steuerung ist echt schwer, weil... Im Grunde genommen kannst du immer nur in diesen... Diese Richtung hier gibt es eigentlich nicht als Steuerung. Nur wenn du läufst. Aber wenn du jetzt hier so die Richtung drückst... Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, nee. Hab ich dich erwischt? Nee, nee. Okay. Schade. Ich bin... Hier, hallo. Oh, hallo. Ich bin hier. Oh, oh, diese Kappel. Ich seh mich nicht. Alter, vielleicht sollst du nicht so weit am Füllsturmrand stehen. Ich weiß auch nicht, ob ich weiß ganz schön, wer wir hier wählen. Du musst da rüber. Du musst da durch den Käfig. Du musst da durch den Käfig. Ich muss die hier aufhalten. Oh, ich bin tot. Ich bin tot, halt aus. Oh, ich fass einfach mal. Die Schatze noch holen. Ja, den Schnaps. Den Schnaps. Ich brauch den Schnaps. Au. Falsch geguckt, ey. Ich lau' mal weiter. Oh, was soll der Geist? Immer weiter laufen. Oh, hier ein paar immer hauen hier wieder. Oh, hier noch ne Kisse. Oh, da ist der Onkel, du musst da rein. Open. Was machst du denn sowas? Ich wollte nach unten dashen. Also, das Dashen ist wirklich sowas von unpräzise. Au! Äh, das ist glaub' meiner. Oh, da ist dein Part dahin. Hab' ich. Dein Part. Äh, das glaub' ich nicht. Da kannst du auch nicht mit der gesamten Welt auf einmal anzulegen. Nee, ich hab grad mein Ulti. Oh! Traps. Ja. Ja, ja, da müssen wir in diese Seitenräume. Au, 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 au. Aua. Ja. Warte mal, da hinten ging's noch weiter. Und die Unten sind... Da ging's noch weiter? Ja, da müssen wir hin. Ja. 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 Das machst du schon, das sieht gut aus. Hab' ich? Ja. Ja, ja, ja. War hier irgendwas, was ich hier kaputt machen muss? Ich hab' schon alles dabei kaputt gemacht. Ich hab' schon alles dabei kaputt gemacht. Ich hab' schon was kaputt gemacht. Alles kaputt gemacht. Eine meiner leichtesten... Warte, nach links. Da, Coach, da oben. Es wär' nicht da, wenn wir nicht da hin müssten. Da ist doch nichts. Da sind wir doch gekommen. Da sind wir nicht gekommen. Wir sind doch von oben gekommen, oder? Pass auf. Pass mal auf. Da. Da oben. Hier. Da, da kamen wir doch nicht her. Ja. Ah, siehste. Aber jetzt... Ja, du, du musst ja schon alles kaputt machen. Ich will jeden Gegner mitnehmen. Das gibt'n... Das gibt'n Special, äh... Bums. Ich bin aber noch unten rumgelaufen. Ich bin ja jetzt nicht hochgelaufen. Ja. Hier. Weiter. Special Bums erledigt. Hier ist auch noch Special Bums. Hier noch Special Bums. Piste. Das gibt, glaub' ich, Leben, wenn man diese Kisten zerstört. Kann das sein? Oh, das brauchen wir jetzt auch. Au. Aua. Das tat empfindlich weh. Okay. Äh... Das solltest du erst vereisen und dann reinspringen. Ich hab' jetzt auch verdient. Ach, hier, die Ulti. Hast du die Ulti ausgelöst? Ach. Ja, man intelligent. Man weiß es nicht. Nein, 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 nein! Du musst doch da oben rum. Ach, da müssen wir weiter. Ach, so, ja. Ich hab' die Gegner so gesehen hier. Huch. Oh, nein. Ja, aber der war auch hier, äh, war halt auch. Hallo? Keine Ahnung. Oh. Ja. Okay, jetzt mach' Eis. Eis. Du musst mitlaufen dabei. Eis. Laufen, 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 laufen. Lauf doch, lauf doch! Oh, der ist nicht so nett. Sollte man aufpassen! Nein! Scheiße! Hättest du nicht noch eine Millisekunde länger leben können? Ja, ich hab' nen Dash gemacht, dachte ich, das wär' vielleicht gut. Verstehst du? Das ist doof. Das ist sehr doof. War doch nicht so doof. Oh. Okay. Das ist einfach. Äh, unten oder oben? Äh, rechts. Definitiv. Warte. Oh Gott, da ist auch noch so ne Schwurbelmaschine. Fake News-Maschine? Ja, so ne Fake News-Maschine. Ich bin beide ja gleich. Ja, ich geh' mal hier rüber. Hier ist noch was zum kaputtmachen. Ja. Das ist fantastisch. Das ist auch bei jedem sein. Vantanis hat ein Abo geschenkt bekommen von Yannica. Vielen lieben Dank. Wie läuft die E-Beratung? Ja, nein. Rückwärts und Backup. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ein Schloss mit Lava gebaut zu haben. Nicht? Oh, okay, nein. Oh. Oh, 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 oh. Äh, die hat mich grade geblättet. Ja. Ouch. Wir müssen diese Tür kaputt machen. Die Tür kaputt machen. Die Tür kaputt machen. Die Tür kaputt machen. Die Tür kaputt machen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Allerdings nicht gesagt. Die Tür kaputt machen. Hier, die Tür kaputt machen. Hier, links, Coach. Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung. Da bin ich. Mach mal die Tür kaputt. Du musst auf die andere Seite. Coach, ich bin tot. Ja, das wäre ein bisschen langsam. Ich war schon links auf der anderen Seite. Fertig. Oh. Oh. Da bin ich. Komm, komm, komm. Kann mal jemand diese wild gewordene Kackpratze? Alles tot machen. Ja, ich tot mache doch von dir. Aber. Oh Gott, Alter. Ahahaha. Boah, wie brutal ist das denn, ey? Ja, wie brutal ist das, da reinzukommen? Alter. Die Idee nimmt kein Ende. Aber echt. Alter. Ist das krass gemacht. Ist das einfach geil gemacht. Matt, das war eine nahe. Achso, mit dem kaputt machst du deine Hülki wieder voll, ne? Ja. Ja. Die ist die ganze Zeit voll. Ja, ja, jetzt schon. Oh, das ist ne Arena. Oh, ich bin. Aber warte, ich bin. Warte, Achtung. Lass ihn mal rennen, erst mal. Oh, er macht, er kriegt keinen Schaden. Wieso kriegen wir keinen Schaden? Er kriegt keinen Schaden. Silverfire fehlt, liebe Stein. Wir müssen den, glaub ich, mit diesen Steinen triggern, dass der die Steine selbst auf den Kopf kriegt. Kann das sein? So, jetzt ist er hier erst mal betäubt. Was macht man dann? Ne, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Aber warte mal, ich glaub, der muss da auf dem Feuer stehen. Moment. Hier, dahin. Die hier mussten locken. So, lassen wir hier. Ja, ja, lassen wir hier ein Rennen. Und dann Backstashen. Äh, oder auch nicht. Ach ja, die Flammen müssen wir zerstören. Welche Flammen müssen wir zerstören? Da, wo die Ketten sind. Genau da, siehst du, hast du gesehen? Ja, ja. Ich bin tot. Da ist noch eine Flamme. So. Du wieder da? Hm. Aber ich krieg die, ich krieg die nicht zerstört, die Flammen. Ja, kein Problem. Wir kriegen mal hin. Aber ich bin tot. Ja, das ist, das ist ein Problem. Ja, ich bin tot. Bin ich wieder nicht tot? Ich bin tot, wir haben die Ridders hier. Mach das. So, die Flammen ist tot. Ähm, wir haben ja ein Problem. Was haben wir denn? Ich bin tot. Ja, das kannst du ja ändern. Nein, wir haben ein Loch in der Mitte. Ein Loch in der Mitte. Ein Loch in der Mitte. Ja, da müssen wir ihn doch reinlocken. Warum ist der jetzt einfach drüber gesprungen? Ich hab keine Ahnung. Wo bin ich? Nein, ich weiß überhaupt gar nicht gut. Ich geh überhaupt nicht. Warte. Komm mal her. Auf die Hände. Du musst auf die Hände schießen, du Po. So. Oh, da ist noch mal ne Hand. Okay, noch mal auf die Hand. Gleichzeitig. So. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Komm mal hier. Let's go. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020